Chat, wir gucken jetzt das Video Platz 1 in den Trends. Letzte Worte zu Big Mac und Memo, Freundschaften zerbrechen? Montana Black Real Talk. Deswegen, wir gehen jetzt rein ins Video. Ich bin sehr gespannt. Oh, ein paar des Likes hat es auf jeden Fall auch. Aber man hat ja so mitbekommen, dass er jetzt irgendwie Big Mac nicht mehr, also der weiße, sein Hauptmod und irgendwie so voll der Kollege von Monta und die haben sich jetzt irgendwie zerstritten. Und Memo ist jetzt irgendwie auch irgendwie weg seit einem Jahr oder so. Und lass mal reinhören. Ich hab mal Bock mehr auf so einen Real Talk mehr reinzuknallen. Eine Thematik aufmachen, die mich in letzter Zeit, Ich will jetzt nicht sagen, ankotzt, aber mich regt es dann doch in einer gewissen Art und Weise schon auf, dass 16-Jährige mir etwas über das Leben bzw. über Freundschaften erzählen wollen. Also mir wird ja des Öfteren, nicht von vielen, aber von einigen immer mal wieder unterstellt, dass sich ja alle meine Freunde von mir distanzieren würden und ich mittlerweile ganz alleine unterwegs bin. Aber das Gefühl hab ich jetzt nicht. Hä, er ist doch noch so mit so, hä, mit Volk, wie Leute und cool. Hier mit, äh, wie heißt der eine Nummer, Rohart, gibt's da doch und, äh, Goku. Ich bin nicht so in der Mountain-Bubble drin, aber das hab ich mir mitbekommen. Oder mit, er hat doch letztens auch mit, äh, Dings hier gestreamt. Ähm, wie heißt der denn? Hier, Uhrenverkäufer, äh, Mark Gebauer. Oder Klossi. Gewisse Freundschaften sind, äh, auseinandergegangen. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber einer meiner langjährigen Freunde beispielsweise, den ich kenne, seit ich sechs bin, mit dem hab ich auch keinen Kontakt mehr. Äh, und man könnte natürlich jetzt mit dem, äh, äh, Finger auf Onkel Mundi, äh, zeigen. Äh, äh, und sagen, Jo, du hast dich so verändert. Geld hier, Geld da. Also, ich geb euch jetzt mal da explizit das Beispiel. Äh, diese Freundschaft mit dem Kollegen ist auseinandergegangen, da ich in der Situation nicht der Idiot war, aber mich darauf eingelassen habe, äh, eine größere Summe Geld zu verleihen. In dem Fall waren's 3000 Euro. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr. Boah, Chat. Nee, also, vielleicht checken das manche Leute nicht, aber ich verleihe Freunden kein Geld. Ich hab's einmal gemacht, waren 200 Euro, was so zum Zeitpunkt viel für mich war. So, ich hab halt zum Zeitpunkt von Reis mit Frischkäse gelebt. Ich hab immer Reis und, 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 äh, Erbsen. Ich hab immer, äh, Erbsen gemacht. So eine, so richtig Billo-Scheiß-Erbsen von Netto. Reis gemacht und Frischkäse drauf gemacht. Das war mein tägliches Essen, weil es einfach unfassbar günstig war und mir auch geschmeckt hat. Und hab ich 200 Euro verliehen. Und der hat mir einfach das Geld super lange nicht zurückgegeben und deswegen ist die Freundschaftsverbrochen. Seitdem verleihe ich kein Geld mehr. Hab ich keinen Bock drauf. Weil das war einfach problematisch dann. Das hat einfach die Freundschaft kaputt gemacht. Also mittlerweile hab ich das Geld zurück, aber halt irgendwie, ich glaub, 6 Jahre später erst bekommen. Das fand ich, äh, ein bisschen miese. 3.000 Euro, 3.500 Euro, die ich, äh, jemandem geliehen habe und sie nicht wiederbekommen habe. Ganz im Gegenteil. Wo ich sogar an dem Punkt war, wo ich gesagt hab, ich möchte das Geld nicht mehr haben. Ähm, scheiß drauf. Und mir dann gesagt worden ist, nee, nee, ich zahl dir das auf jeden Fall. Ich verkauf das und das jetzt gerade. Und wenn ich das und das verkauft habe, äh, dann geb ich dir das Geld zu 100% wieder. Wo ich gesagt habe, nein, auf gar keinen Fall. Du brauchst mir das Geld nicht mehr geben. Scheiß drauf. Äh, nein, nein, ich geb dir das. Und dreimal dürft ihr raten, wer sich dann, als er das verkauft hat, um mir das Geld zu geben, sich nicht gemeldet hat und das Geld für Quatsch ausgegeben hat. Und natürlich beendet man dann in so einer Situation eine Freundschaft. Wenn es, äh, äh, am Ende ist es so, so, Chat, es spielt am Ende des Tages vielleicht eine Rolle, vielleicht aber auch nicht. Das kann jeder für sich entscheiden. Ob es, wenn es, wenn es um 10, 20 Euro geht, dann kann man vielleicht noch sagen, nach einer so langen Freundschaft, scheiß drauf. Aber am Ende... Ja, es ist ja so wie einladen quasi. So, ey, du brauchst ein 20. Hier, Digga, schenk ich dir. Ich lade ja auch meine Freunde zum Essen ein. Einfach, weil ich weiß, ey, weird Flex, aber ich hab wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld als die. Ganz weirder Flex. Äh, da kann man mal einladen so, ne? Ist ja vollkommen fein. So, das Geld will ich ja auch nicht zurückhaben. Aber, aber so 200 Euro? Nee. Nee, nee, nee. Spielt eigentlich, finde ich, die Summe keine Rolle, sondern das Zwischenmenschliche, der Respekt voreinander spielt eine Rolle. Voll, fühle ich. Und wenn du einem Kollegen 50 Euro leist und der so tut, als wenn du es nicht nötig hast und er dir das nicht zurückbezahlt und das Thema tot schweigt und nach mehrfachen drauf hinweisen, da irgendwie du disrespektiv wirst, dann passt das Zwischenmenschlich nicht. Also, an erster Stelle, in einer Freundschaft zählt doch Ehrlichkeit und Respekt. Und wenn das nicht gegeben ist, kann die Freundschaft auch nicht mehr bestehen beziehungsweise Wert bröckeln. Und dann spielt es keine Rolle, ob es 10, 20 oder 1000 Euro sind. Mir wird vorgeworfen beispielsweise, was ist vorgeworfen? Die Thematik jetzt mit Big Mac oder auch mit einem Memo. Ich sehe davon viele Clips auf vielen Plattformen. Die eine Plattform ist etwas intelligenterer als die andere. Beispielsweise YouTube-Kommentare sind deutlich intelligenter als TikTok-Kommentare. Boah, TikTok-Kommentare sind das Dümmste der Welt. Also, bei TikTok, wenn du was LGBTQ-feindliches postest, kriegst du dann einen Kommentar einfach Applaus. Wo ich mir denke, Bruder, werdet euch eigentlich ins Hirn geschissen? Werdet euch eigentlich ins Hirn geschissen? So, jemand sagt was Transphobes und die Leute sagen, ja, richtiger Mann, weiter so gegen LGBTQ, gegen Regenbogen. Ich denke mir so, Bruder, what the fuck? Und das ist auch okay, dumme Menschen muss es geben. Dann wird da runtergeschrieben so, ja, alle Freunde laufen ihm weg. Ich möchte euch nur nochmal daran erinnern, dass meine besten Freunde, die ich habe, Freunde sind, die ich kenne, bevor ich bekannt war. Ich nenne mal als Beispiel jetzt Davide. Davide und ich haben eine Freundschaft, die für Außenstehende vielleicht gar keine innige Freundschaft ist. Ich habe zwei Wochen beispielsweise mit Davide jetzt nicht telefoniert oder eineinhalb Wochen. Das braucht unsere Freundschaft auch gar nicht. Wenn wir uns dann wiedersehen oder telefonieren, dann ist es so, als hätte man sich vor einer Stunde das letzte Mal gesehen. Und das ist einer meiner besten Freunde, seit ich sechs bin. Also seit mittlerweile 28 Jahren ist das einer meiner besten und engsten Freunde. Viele von denen, die mir etwas über Freundschaft erzählen wollen, sind nicht mal halb so alt, wie diese Freundschaft es ist. Und nur weil ihr mitbekommt, dass Freundschaften in die Brüche gehen, öffentlich, heißt das ja nicht, dass sich jeder meiner Freunde von mir distanziert oder dass ich keine Freunde mehr habe. Die Freundschaft zu Davide, nur mal als doofes Beispiel, ist eine Freundschaft, von der ihr gefühlt, ich kenne diesen Davide nicht, nur drei Prozent mitbekommt. Denn Davide hat weder Facebook, Davide hat weder Instagram, noch hat er YouTube. Das Einzige, was der hat, ist WhatsApp. Das war's. Anderes Beispiel. René. Nur weil man uns nicht mehr zusammen in jeder dritten Instagram-Story sieht, wie früher, heißt das aber nicht, dass wir nicht mehr befreundet miteinander sind. Ganz im Gegenteil. Aber wir werden auch alle älter. Jeder wird in einer gewissen Art und Weise etwas selbstständiger, erwachsener, mehr Verantwortung, weniger Zeit. René macht sein Ding auf Twitch und auf Instagram und nur weil ihr vieles von dem, was passiert, nicht mitbekommt, heißt es nicht, dass diese Leute nicht mehr in meinem Freundeskreis sind. Es tut mir ein wenig in der Brust weh, wenn Leute sagen würden, Ich finde Twitter ist am toxischsten. Mein TikTok ist healthy. Mein TikTok ist auch übertrieben healthy. Aber manchmal rutscht so ein ganz weirdes Video so in die Timeline und dann ist es so, Bro, was ist denn das jetzt hier? Mein Twitter ist healthy, zum Beispiel. Weil ich einfach alle Leute, die einfach nur so Scheiße posten, nur so Weltschmerzen, so Stress, die mir so, ja Bro, das brauche ich jetzt hier nicht. Tschüss. Meine Freunde würden sich von mir distanzieren, denn es ist gefühlt halt einfach ein absoluter Disrespekt. Es bringt mich jetzt weg vom Fenster, Big Mac hat mir geantwortet, ich werde jetzt nicht auf die genauen Nachrichten eingehen, er hat mir eine Nachricht geschrieben, nachdem ich ihm zweimal geantwortet, äh zweimal noch geschrieben habe, du Digi, was ist jetzt los? Ich kann euch nur so viel sagen und das hat er auch in der Nachricht verlangt, mäßig. Er hat gesagt, dass ich bitte im Stream klarstellen soll, dass es meine Entscheidung war, ihn zu bannen. Und ja, es war meine Entscheidung, ihn zu bannen. Und es ist eine Entscheidung, zu der ich auch immer noch stehe. Das eine ist, wie ich und Big Mac uns verstehen und ich verstehe mich gut mit Big Mac und ich mag ihn auch immer noch gerne. Das andere ist, wie er sich zu, und da muss ich auch ein wenig Chef sein, wie er sich zu verhalten hat, als mein Mitarbeiter, als meine Rechte Hand, ach, er ist sogar ein Mitarbeiter von Montag, der Hand im Chat. Er kann denken und machen, was er möchte. Die Gedanken sind frei. Er kann privat machen, was er möchte. Kein Problem. Aber als mein Mitarbeiter, als meine Rechte Hand, in meinem Stream, hat er sich auch so zu verhalten, um mir als Person und als Mensch des öffentlichen Lebens nicht zu schaden. Ja, ja, die Aussage fühle ich aber sehr. Nach dem Motto, ey, wenn es wirklich ein Mitarbeiter ist und er schreibt halt irgendwelche Scheiße in den Chat, ja, so why? Also bro, wenn es dein Job ist, dann, also, nee. Das beinhaltet auch das Wort Freundschaft. Ich möchte Big Mac nicht bannen und ich möchte Big Mac hier auch nicht ausschließen. Und das ist der Fakt immer noch, wenn er immer noch der Meinung ist, dass Aussagen, wie zum Beispiel, und eigentlich hätte ich ihn da schon permanent bannen müssen, Aussagen wie in einer Religionsdiskussion beziehungsweise wo wir über Religion geredet haben, eine Aussage, die er dort getätigt hat, nämlich, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Aussage war, ich habe zwei Sachen im Kopf, wer an Gott glaubt, ist dumm oder war die Aussage, wer gläubig ist, ist dumm. Ich weiß nicht mehr, eins von den beiden. das ist halt ein dummer Disrespect, zum Beispiel, ich bin ja auch nicht gläubig, aber Glauben kann ja Leuten so viel geben, beziehungsweise, ich bin schon gläubig irgendwie, aber ich bin nicht in der Religion gläubig, sondern ich habe irgendwie so, zum Beispiel, ich glaube nach, dass irgendwas nach dem Tod passiert, bin ich, es hat hier irgendwie so eingebrannt und ich glaube auch an die Seele, dass die irgendwie so weiter existiert und so ganzen Bums, aber ich glaube jetzt nicht so, ich bin jetzt niemand, der jetzt so sagt, ey, ich glaube das, was in der Bibel steht, ich glaube das, was im Koran steht, ich glaube das, was im, wo auch immer, in welchem Buch steht, sondern ich bin so, ich habe mir so mein eigenes Bild gemalt. Das hat Überschneidungsmengen mit dem muslimischen Graub oder mit dem christlichen Graub oder mit buddhistischen Glauben, mit was auch immer für Glauben, Überschneidungsmengen voll, aber ich bin nicht so bei einer Religion irgendwie. Agnostiker heißt das? Ah cool, dann bin ich schon mal Agnostiker. Ich habe einfach so mein eigenes Bild so und das gibt mir voll viel, so einfach, dass ich so weiß, ey, es gibt irgendwie so eine Seele, finde ich so, das ist positiv für mein Leben so und deswegen denke ich mir so, okay, wäre es auch ein Disrespect an mich, wenn jemand sagt so, ja, dumm an was du glaubst, weil, Bro, lass die Leute auch glauben, was sie wollen, wenn es nicht schädlich ist für andere Menschen ist. Eigentlich hätte ich ihn in dem Moment schon permanent bannen müssen. Die Leute, die jetzt reinschreiben, seine Meinung halt. Ihr habt recht, das ist seine Meinung. 100% und diese Meinung kann er auch haben. Das eine ist aber, was man für sich als Meinung hat und das andere ist, seine Meinung, die er in ein Chat reinschreibt. Ich habe mich informiert, auch nochmal für mich. Mit so einer Aussage auf der Plattform Twitch kann ich gebannt werden. Wenn wir hier über Religion diskutieren würden und ich würde in meinem Chat, aber übrigens Tipp an alle Streamer, über Religion diskutieren ist, boah, heikles Thema, Bruder, zu meinen Zuschauern sagen, wer an Gott laut ist, dumm. Damit beleidige ich jeden gläubigen Menschen da draußen. Ich könnte dafür gebannt werden. Denn Twitch, seine Politik ist, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, was er liebt, was er macht, solange er sich nicht strafbar macht und ähnliches, willkommen ist. Und wenn ein Zuschauer bei mir im Chat zuschaut, der gläubig ist und ich sage, was ja nicht so ist, aber ich sage, wer an Gott glaubt, ist dumm, dann fühlt er sich auf der Plattform nicht willkommen. Und so eine Aussage, liebe Leute da draußen, die jetzt auch mir in den Chat reingeschrieben haben, ist seine Meinung. So eine Aussage in dem Kontext, das kann man anders ausdrücken, okay, aber das kann ich nicht dulden. Und auch das Thema beispielsweise mit Memo, guck mal, ich habe nie öffentlich etwas zu der Thematik mit Memo gesagt. Nie. Ich habe immer gesagt, ich wünsche Memo das Beste, viel Gesundheit für ihn und seine Familie. Und ich hätte bis heute genau das weiterhin gesagt, weil es auch so ist, weil ich das so empfinde. Was privat passiert ist, bleibt privat. Er hat betrunken angefangen zu reden und daraufhin habe ich etwas gesagt. Und mir vorzuwerfen, dass die Freundschaft mit Memo kaputt gegangen ist, weil ich geldgeil wäre oder oder oder. Ihr bekommt doch nur das mit, was... Mein Chat schreibt, ich dachte immer, dass Memo ein Hund wäre. Bro, das ist Kylo. ...irgendwie im Internet verbreitet wird. Ich könnte noch viel mehr erzählen, ich mache es aber nicht, weil es privat ist und privat bleibt für mich privat. Ich möchte euch eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben, okay? Sowohl für... Ui, was kommt jetzt? ...die Frauen als auch für die Männer. Im Leben passiert es, dass Menschen kommen und gehen. Bin ich traurig, dass die Freundschaft mit Memo nicht mehr vorhanden ist? Ja. Natürlich. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Denke ich jetzt jeden Tag daran, wie gern ich die Freundschaft wieder zurückhaben wollen würde? Nein. Wäre ich zutiefst gebrochen, einen Freund zu verlieren, den ich seit ich sechs bin, kenne, wie zum Beispiel einen Davidee? Auf jeden Fall. Würde ich jeden Tag an Davidee denken, wenn ich mit ihm Streit hätte? Auf jeden Fall. Man muss ganz klar differenzieren und auseinanderhalten, was eine Freundschaft in einem auslöst, die vielleicht seit zwei Jahren vorhanden ist oder wirkliche Freunde beziehungsweise Freunde, die man seit 20 Jahren kennt. Freunde kommen und Freunde geben. Das ist einfach so. Ja, obwohl ich glaube, ich habe ein paar Freunde, klar, ich kann das jetzt erst mal nur mit meinem naiven 25-jährigen Denken gerade sagen, aber ich glaube, ich habe ein paar Freunde, die bleiben vielleicht für immer. Selbst wenn ich mit den Leuten nicht mehr so viel zu tun habe irgendwann oder zu tun haben sollte, aber ich glaube zum Beispiel mit einem Dan. Ich glaube, einen Dan, den werde ich mein Leben lang einfach mögen. Ich glaube, einen Dan werde ich mein Leben lang einfach mögen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie so toxisch sind und auseinandergehen. Ich glaube, selbst wenn wir mal wenig Kontakt haben, ich glaube, wir werden uns immer mögen. Das ist so das tiefste was, wo man so fallen kann. Und ich glaube, so ein Dan könnte so mein Leben lang immer so da bleiben. Könnte ich mir vorstellen. Dann kommt es halt auch einfach nochmal dazu, Dinge oder Freundschaften. So, weil zum Beispiel so ein Dan, ich wüsste nicht, also klar, auch wenn er vergewaltiger wäre, Bro. Auch übers Internet. Digga, erstens, ich glaube, ich kenne diesen Mann sehr gut, dass er das nicht tun würde. Er ist ein sehr linker Mensch, der vergewaltiger zutiefst verurteilt und dann auf die Fresse gibt. Punkt. So, also klar, vielleicht entwickelt er sich zu einem übertrieben Hundensohn, aber ich glaube nicht. Er ist eher der Typ, der mit dem Basie losgeht und Kinderstern dann aufs Maul haut. Oh, Lix ist da. Ich kenne den Jungen seit acht Jahren und er ist OG süß. True. Oder Lix zum Beispiel. Ich wüsste auch nicht, so klar, wenn man mal irgendwie mit Lix weniger Kontakt hat irgendwann in der Zukunft. Kann passieren so, aber ich wüsste nicht, was passieren sollte, dass man sich so krass auseinanderstreitet. Also, nö. Im Internet präsent sind, nochmal anders wahrzunehmen sind als Freundschaften, die ihr vielleicht habt, die halt aber gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Pferdepimmel Simon ist ein langjähriger Freund von mir. Pferdepimmel Simon kenne ich seit ich... Wer heißt der Freund Pferdepimmel Simon? Geil. 15? Pferdepimmel Simon? Geil. Oder 16 bin ich... Also, über die Hälfte meines Lebens. Mit Pferdepimmel Simon habe ich immer mal... Mehr mal weniger zu tun gehabt, kam immer drauf an, in welchen Situationen wir im Leben waren. Was auch normal ist. Der eine fängt in der Ausbildung an, der andere ist noch arbeitslos. Der Arbeitslose hat viel mehr Zeit als der, der in der Ausbildung ist. Und wenn man älter wird und als Beispiel jetzt bei Simon, der lernt eine Frau kennen. Und ehe man sich versieht, ist der alte Homie von früher, mit dem man den einen oder anderen Bonkopf geflutscht hat, hat er auf einmal zwei Kinder, Digga. Er hat eine Frau, er hat ein Haus, er hat zwei Kinder. Und normal ist es doch, es ist ganz normal, dass auf einmal eine Freundschaft, die, wo man sich gefühlt jeden Tag fünf Stunden gesehen hat, eine andere Freundschaft wird, wenn dein Kollege auf einmal zwei Kinder bekommt. Und wenn diese Freundschaft dann noch in der Öffentlichkeit stattfindet, sprich, immer wenn man unterwegs ist, Instagram-Storys hier, Instagram-Storys da, dann ist doch auch klar, dass auf einmal der Kollege, als Beispiel jetzt Pferdepimme Simon, nicht mehr in meinen Storys so viel zu sehen ist. Bro, wie kann er in einem Realtalk bei Pferdepimme Simon so ernst bleiben? Oder gar nicht mehr, weil er halt einfach mit der Familie, mit seinen zwei Kindern extremst beschäftigt ist und vielleicht dann, wenn man sich mal sieht, auch mal das Handy einfach beiseite. Also meinte so, dass sich herausstellt, dass zum Beispiel jemand vergewaltigt hat, wie beispielsweise Danny. Glaubst du, glaubst du, dass du ihn dann irgendwie mögen würdest? Bro, ich wäre natürlich übertrieben sauer und traurig, wenn ich, wenn ich herausstelle, irgendein Freund hat zum Beispiel werden vergewaltigt oder sowas da in der Tür sind. Aber das Ding ist, klar, ist naiv zu sagen vielleicht so, aber ich glaube, ich habe einen Freundeskreis, wo ich die Worst-Case-Szenarien einschätzen kann. Die Leute müssten schon sehr krasse Heuchler sein und sehr viel vorspielen, um sowas machen zu können. Weil, wie schon gesagt, in meinem Freundeskreis geht man los mit einem Basie und haut Kinderständer aufs Maul. Metaphorisch gesagt. Na, also dementsprechend. Aber natürlich, klar, es kann immer passieren, theoretisch, aber ich glaube, ich kann es gut einschätzen. ...tut und sagt, Digga, ich freue mich so, dich zu sehen, scheiß mal auf Handy, lass Handy weglegen, lass einfach entspannen, chillig machen und einfach, einfach einen Deep Talk führen, whatever. Für Leute, aber für euch oder viele von euch, sieht das dann so aus, ja, ihr habt ja keine Freundschaft mehr, alle distanzieren sich von dir, bla bla bla. Aber das ist der Zahn der Zeit, Digga, wenn man älter wird, hat man andere Dinge im Kopf. Das Leben fängt an, du hast mehr Verantwortung. Du musst Rechnungen bezahlen, du musst arbeiten gehen, du hast auf einmal ein Kind zu Hause, was ernährt werden möchte, Liebe von dir bekommen möchte, wenn es größer wird, auf den Spielplatz will oder whatever. Warum sagt es dann auch Carsten in einem Clip? Also, Elutrix war in einem Clip sauer darüber, dass ich ihm eine Donowall gegeben habe und das war auch etwas, wo ein unkorrektes Verhalten von meiner Seite aus war. Wallabilla, so war ich hier sitze. Frag Carsten in seinem Stream, wer in den Phasen, wo er keinen YouTube gemacht hat, in den Phasen, wo er down war, in den Phasen, wo er nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, frag ihn, die drei Leute, die ihm einfallen oder die zwei Leute, die ihm einfallen, die am häufigsten gefragt haben, wie es ihnen ging und angerufen haben und Wallabilla, er wird meinen Namen sagen. Ich bin nicht perfekt, Digga. Ich habe eine lange Zeit eine Krankheit mit dem Handy gehabt und war damit überfordert, dass ich am Tag 40 Nachrichten bei WhatsApp bekomme von Leuten, die mir nicht wichtig sind beziehungsweise ich habe das Handy eher als Störfaktor genommen. Boah, fühle ich so krass, diese Aussage. Mein Antwortverhalten ist auch unterethisch, weil einfach, wie viele WhatsApp-Chats habe ich gerade offen. Ja, chill ich, Bruder. Okay, ich kann das nicht zeigen, aber... Also ich habe hier eine Nachricht vom 21.7., die ungeöffnet ist, vom 23.7., vom 10.7., vom 30.6., vom 4.5., von jetzt gerade, vom 15.5., vom 7.4., vom 4.4., vom 8.3., vom 23.2., vom 28.2., vom 10.12. ich... Also... Das ist mein WhatsApp-Verhalten. Ich klicke nicht rauf. Also... Okay. Der älteste Chat übrigens, den ich habe auf meinem Handy, ist vom 11.3.2015. Das ist auch wild. Digga, einfach 11.3.2015. Crazy. Ja, auf jeden Fall, ich hasse WhatsApp sehr doll und ich bin sau scheiße am antworten. Und habe leider es nicht hinbekommen. Außer bei Instagram. Bruder, mein Instagram, selbst die Nachrichten, ich annehme, sind so viele, aber klar, bei Instagram habe ich immer bei 99 plus oben stehen. Bei Instagram selbst die Nachrichten, die ich angenommen habe, guck mal, habe ich gerade noch so sieben offene Chats. Und sieht man das da? Da, sieben offene Chats einfach. So. Und das sind ja nur die Leute, die ich eigentlich angenommen habe. Beziehungsweise, wo ich nicht mehr draufgeklickt habe auf die Nachricht. Und... Naja, auf jeden Fall, ich bin übertrieben scheiße am antworten. Zu sortieren in meinem Kopf zwischen das ist jetzt wichtig und das ist nicht wichtig. Ich habe das Handy einfach beiseite gelegt für zwei Tage und habe niemanden geantwortet. Nicht mal meiner eigenen Mutter, Digga. Ich arbeite da dran. Ich arbeite an mir. Ja, ich fühle das aber, was er sagt. Ich finde das so schwer. Ich versuche mir am Tag ein oder zweimal die Zeit zu nehmen für eine halbe Stunde und wirklich die Nachrichten abzuarbeiten, die Telefonate abzuarbeiten, die reinkommen. Ja. Das Problem ist aber immer, wenn meine Nachricht antwortet, kommt dann eine neue Nachricht zurück. Boah. Stressig, sag ich mal. Das fällt mir schwer, sag ich euch ganz ehrlich. Ich nehme das Handy gerne in die Hand und scrolle für 20 Minuten bei TikTok durch oder bei Instagram, weil das eine Art von Entspannung dann für mich ist. Aber es fällt mir extrem schwer, mir wirklich die Zeit zu nehmen, konzentriert in Anführungszeichen und sowohl Freunden, Businessnachrichten und, und, und dauerhaft abzuarbeiten. Fühle ich, fühle ich, fühle ich sehr. Das fühlt man vielleicht so, als Zuschauer ist es nicht gerade so, aber ich fühle das sehr. Man bekommt so viele verfickte Nachrichten hinter den Tag auf WhatsApp. So irgendwelche Leute, die was von ihm wollen. Das ist so, boah, das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Aber ich arbeite an mir, Digga. Ich arbeite an mir. Hast du auch 170 ungelesene Nachrichten wie Trimax? Ne, 170 werden es nicht sein. Vielleicht sind bei ihm auch Gruppenchats drin. Bruder, ich habe, ich habe ein paar hundert ungelesene Nachrichten. Ich werde ein paar hundert ungelesene Nachrichten die ich auch ganz entspannt haben. Ich weiß nicht, ich habe aktuell ungelesene Nachrichten bei WhatsApp. Hundertfünf. Und ich habe... Wo kann man das sehen? Hey, wo kann man sehen, wie viele Nachrichten man ungelesen hat? Chat, wo kann ich das bei iPhone sehen? Ich will das auch gucken. Also ich habe 27 offene Chats gerade sehe ich hier. Ich habe 27 offene Chats. Das kann ich sehen. Aber wie viele ungelesene Nachrichten? Weil es werden Hunderte sein. Erzähl, ich arbeite daran, allen zu antworten. Ja. 58 Anrufe in Abwesenheit. Sind das alles Leute, die du kennst? Du meinst die Nachrichten bei WhatsApp? Ja, na klar. Deswegen, abschließend, sowohl Freunde wie Ello Tricks, als auch andere Leute, die man vielleicht nicht aus dem Internet kennen, haben oftmals das Problem mit dem Onkel Monty gehabt, dass sie mich angerufen haben, mir geschrieben haben und ich einfach nicht zurückgeantwortet habe. Und das tut mir auch wirklich leid. Weil ich selber weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu schreiben ohne Donowall zu bekommen. Ich versuche daran zu arbeiten. Aktuell bin ich auf einem guten Weg, habe ich das Gefühl für mich. Weil ich auch, und ich sage euch auch, was mich da zum Nachdenken gebracht hat, solche Aussagen wie, ich nenne jetzt nur ein doofes Beispiel, ich rufe Kollege XY an und sage, dir geht, geiles Event hattest du da, aber warum hast du mich da nicht eingeladen, beziehungsweise warum hast du nicht gefragt, warum ich nicht vorbeikomme, so. Alle Jungs von uns waren da, aber irgendwie hast du vergessen, mich zu fragen oder so. Und dann eine Antwort, ach so, ja, du kommst doch sowieso nie auf Events oder whatever. Oder wenn ich dich mal gefragt habe, hast du mir nicht geantwortet, haben mich zum Nachdenken gebracht, weil... Ja, ja, ja. Weil man natürlich denkt man sich so, ey, warum laden die Jungs wirklich ein, wenn man, obwohl man Bock hat und dann so, ja, klar, wenn man sonst nie antwortet, ist klar, dass man auch nicht gefragt wird, weil wenn man nie antwortet, dann, ja, wird man irgendwann nicht mehr gefragt. Ich möchte nicht sowohl von realen Kollegen als auch von Leuten, die ich im Internet kennengelernt habe, wahrgenommen werden als der, der nie antwortet oder keinen Bock hat, irgendwo hinzugehen. Das war eine Zeit lang so, dass ich gefühlt mich schwer getan habe, überhaupt einen Stepper aus der Haustür zu machen beziehungsweise habe ich schwer getan damit, auf irgendwelche Events zu fahren und auch mal eine Nacht nicht in meinem Bett zu schlafen. Das ist mittlerweile anders geworden. War schon immer so, ja? Ja, da hast du recht, aber es ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile habe ich wirklich Bock, rauszugehen. Ich habe wirklich Bock, was zu erleben. Ich meine, ich bin letzte Woche 1000 Kilometer für einen Termin nach Köln gefahren. 10 Stunden Autofahrt an einem Tag, das hätte ich früher nie gemacht. Nie. Ich hätte mir eher eine Gurke in den Arsch stecken lassen, als das zu machen. Oder, dass ich mal für eine Woche nach Berlin fahre und dort in einem Hotel pennen. Oder, früher wäre immer bei mir gewesen, ich fahre nach Berlin und habe meinen Termin am selben Abend zurück. Es wäre nicht für mich in Frage gekommen, mal ein oder zwei Nächte da zu bleiben. Nie. Als ich zum Beispiel beim Fußball-Event von Trimax zugesagt habe, hat er mir gesagt, boah, geil, dass du kommst, finde ich voll cool und so. Und dann habe ich mir so gedacht, hä, wieso ist das so, wieso sagt er das so? Und dann ist mir bewusst geworden, dass... Aber habe ich auch gedacht, so hä, krass, dass Monti da hinkommt. ...viele Events früher so abgeblockt habe und auch gewisse Dinge bereut habe. Dass ich zum Beispiel beim Angelcamp 2.0 nicht da war oder auch beim Mittelaltercamp. Klar, zu dem Zeitpunkt beim Angelcamp 2.0 war es halt einfach gerade so, dass zum Beispiel der Grund, nur nochmal für euch, ich habe es ja schon mal gesagt, der Grund, warum ich... Ich glaube, bei Angelcamp 2 war er nicht, ich bin Monti Ultra scheinbar, merke ich gerade, war, dass das am Wochenende ist und er sonst seine Freundin nicht sehen kann. Und er wollte seine Freundin sehen. Ich bin zum Angelcamp 2.0 nicht gefahren bin, weil Knossi war, weil ich wusste, dass er Memo auch eingeladen hat. Ach so, okay, ich bin doch kein Monti Ultra. Und ich will nicht Memo sagen, er hätte da nicht hinfahren sollen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit Memo einfach keinen Kontakt gehabt und das war gerade so die Anfangsphase, wo wir getrennte Wege gegangen sind. Und ich wollte einfach, ich habe einfach für mich entschlossen, ich vermeide es, ihm dort zu begegnen. Und deswegen habe ich zu Knossi gesagt, ich komme nicht. Ich habe keine Begründung genannt. Ich wollte aber auch nicht sagen, jo, ich komme nicht, weil Memo kommt dahin und wir haben gerade aktuell keinen Kontakt. Und ich möchte nicht da irgendwie in gezwungenem Modus auf einmal ihm über den Weg laufen so mäßig und whatever vor der Kamera bla bla machen. Aber ich hatte gar keine Lust, dass das überhaupt eine Thematik wird und es dann vielleicht auch in Memos Richtung heißt, ah, du kannst doch nicht kommen. Und dann fragt man sich, fragt er sich, warum? Und dann sieht er, dass an dem Tag, wo er kommen wollte, ich dann da bin. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen bin ich auf minimalistische Konfrontationen gegangen, nämlich gar keine. Und ich habe einfach gesagt, ich komme gar nicht. Aber Onkel Monte ist älter geworden, Onkel Monte ist weiser geworden, Onkel Monte entwickelt sich und ich glaube, viele von euch haben das auch ziemlich aktiv erfolgen. Und gerade dieses Jahr habe ich für mich selber auch so eine krasse Wahrnehmung für mich selber entwickelt, eine krasse Selbstreflexion und eine krasse Weiterentwicklung menschlich, wo ich sehr stolz drauf bin. Also ich mag mich aktuell so, wie ich bin, wirklich gerne. Liegt natürlich auch an meiner neuen Kauleiste, so, keine Frage. Ey, ich muss nur sagen, ich habe auch ein bisschen was an meinen Zähnen machen lassen. Ganz, 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 ganz wenig. Es wird kaum aufgefallen sein. Aber seitdem lächle ich einfach sehr viel lieber. Ihr müsst mal gucken, ich habe früher nie Bilder gemacht, wo ich so mache. Weil ich meine Zähne scheiße fand. Ich habe so ganz, ganz, ganz wenig machen können, Und seitdem lächle ich so gerne, so mit Zähnen. Ja. Aber ich bin aktuell so, wie ich bin, mit mir ganz gut zufrieden. Ich muss auch sagen, ich bin auch gerade mit mir zu 90% im Reinen. Es gibt so 10%, an denen ich arbeite. Dafür bin ich auch in Therapie. Beziehungsweise, ich sollte mal meine Therapeutin wieder anrufen. Ich war seit zwei Monaten nicht da. Aber, äh, 90% sind cool. 10%, die sollten wir doch fixen. Ähm, ich freue mich darüber, dass ich offener bin für Events. Oder, scheiß mal auf Events, für Einladungen von Kollegen, die etwas... Hey, dann lade ich vielleicht Montag auch ein, weil ich wollte auch bald ein Event machen, ein Live-Event. Bin mal gespannt, ob ich da auch Bock drauf hätte. Am Start haben. So, es wird immer so sein, das ist so, wenn Knossi mich einnimmt zu irgendeiner Party, wo viel Alkohol getrunken wird, wo Leute getrunken sind, da werde ich nicht hinfahren, egal wie sehr ich mich weiterentwickele. Da habe ich keinen Bock drauf, auf betrunkene Leute. Das wird immer so bleiben. Oder auch im Mykonos-Urlaub beispielsweise, wo ich weiß, dass deren Hauptaufgabe ist, sich abends zu besaufen und auf Party zu gehen. Das ist etwas, was ich einfach nicht fühle, weil Alkohol einfach etwas ist, was ich aus meinem Leben verbannt habe und ich auch keine Lust habe, so krass mit... Ich finde aber krass, wie konsequent er mit dem Alkohol-Thema ist. Finde ich stark. ...Leuten, die betrunken sind, abzuhängen. Das Gleiche gilt beispielsweise aber auch für Situationen jetzt in Deutschland. Wenn ich mit Ron abhänge, so Ron und ich sind Homies, also wenn ich merke, dass Ron auftritt und ich merke, sein Ziel ist es, sich richtig einen reinzuzuschen, dann sagt Onkel Monte, wieder schauen und reingauen. Drop mal eine Weisheit fürs Leben. Boah, ich bin gespannt. Weisheit mit Monte. Eine Weisheit fürs Leben. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Mein Lieblingsspruch, meine... Wow. ...Lieblingsweisheit ist, haben ist besser als brauchen. Oder noch eine ganz wichtige Liebe... Ja, okay. Die Weisheit, mit der kommt ihr im Leben super voran. Arschworer sind wichtig und richtig. Ah, Mann, ich hab mich auf wirklich eine Weisheit gefreut, Mann. Digga, diese Mucke. Okay, Chad, ich will noch eine Weisheit aus dem Arsch kurz kramen. Eine Weisheit auf jeden Fall. Unterarme müssen mehr trainiert werden. Trainiert alle eure fucking Unterarme, Chad. Mein Unterarm ist mittlerweile größer als mein Oberarm. Digga, was ist das für ein Unterarm gerade? Digga, deswegen, trainiert alle Unterarme. So, sieht man eh viel mehr als Oberarme im T-Shirt. Deswegen, trainiert den Bums. Bruder, der ist wirklich gerade big. Zweite Weisheit. Seid ehrlich. Actually, seid ehrlich. So. Also, for real? Klar, manchmal ist Sack-Ehrlichkeit, weil es so Pain ist, es auszusprechen und manchmal verletzt man mehr Menschen. Aber, für einen selber ist Ehrlichkeit eigentlich immer das Allergeilste. Deswegen, seid ehrlich, auch wenn es weh tut. Seid auch ehrlich zu euch selber. Das kann ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Und trainiert Unterarme. Holy Shit. Tschüssi. Und abonniert meinen Kanal. Auch wichtig. Und, äh... Ich spreche es erst aus, wenn ihr abonniert habt. Und richtig. Tschüss.